Fünf Anzeichen, dass ein Junge auf dich steht. Wenn er dich oft ansieht und dabei ein Lächeln auf den Lippen hat oder dich bei Gesprächen berührt, kann das ein Zeichen sein, dass er mehr als Freundschaft möchte. Wenn er sich für deine Hobbys und Interessen interessiert und dir oft Nachrichten schreibt und dich anruft, könnte er an dir interessiert sein. Wenn er dir Komplimente macht oder dich zum Lachen bringt, dann stehen die Chancen gut, dass er auf dich steht. Folgt mir gern für mehr.